So, meine Lieben, Blitzrezepte mit meinem Lieblingsgemüse mit Weißkohl und Salsicha. Ich schneide die in Streifen und dann wird die angebraten. Pfanne, gutes Olivenöl, so schaut es aus. Die Wurst rein und jetzt bei mittlerer Hitze schön anbrutzeln. Knoblauch. Einmal, zweimal. Zu dem Weißkohl dazu. Dann ein bisschen Majoran. Einmal zur Wurst, die wird jetzt gewendet. Und jetzt kommt Weißkohl und Knoblauch hier mit dazu. Vielleicht für eine Minute anbraten und hier, das ist fertige Kräuterbutter. Die gibt er einfach mit dazu. Die Prise Zucker. Der Kohl ist braun, hat karamellisiert. Majoran dazu, passierte Tomaten aus der Dose, Kapern und Sadellen. Und nochmal zwei Minuten. Einmal locker aus dem Handgelenk. Schaut jetzt ein bisschen rustikal aus, aber ich kann euch sagen, das ist richtig geil. Geil. Guten Appetit. Blitzrezepte. Ja. Und jetzt ist die혼, hier unter mich.